Ich bin Laura Ludwig und das ist meine Partnerin Kira Weikenhorst und zusammen sind wir das Beachvolleyballteam Ludwig Weikenhorst und wir sind deutscher Meister und Nationalteam für Deutschland. Modeshootings sind eigentlich an sich schon mal eine coole Abwechslung. Es macht Spaß, wenn wir mal aufgefrischt werden, unsere Haare gemacht werden, unser Make-up und wir uns selber dann auch mal in einem anderen Licht ziehen. Mein Lieblingsort ist zum Spielen tatsächlich in Klagenfurt und ansonsten bin ich aber echt gerne in Deutschland und verbringe die Zeit auch mal zu Hause, weil wir echt viel unterwegs sind. Mein Lieblingsort ist eigentlich Mount Manganui in Neuseeland. Da haben wir öfter ein Trainingslager früher gemacht und das ist schon sehr atemberaubend und ein sehr schönes Land und ich vermisse es auch ein bisschen. Also ich würde ganz gerne noch nach L.A. und Neuseeland reisen. Mein letztes Reiseziel, was ich unbedingt noch sehen wollte, war Südafrika. Das haben wir jetzt auch im Januar gemacht. Aber was ich eigentlich ganz gerne noch sehen will, ist ein afrikanisches Land, so wie Mamibia oder so. Das würde mich noch mal interessieren. Nicht zum Spielen allerdings. Das wird mir ganz spannend werden. Das ist einfach so spannend. Dieses Wort, wir sind einfach noch passiert. Das war's auch nur noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.